Guten Tag, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich bin Petra Hurt, Dozentin bei den Paracelsus-Schulen und ich möchte Ihnen heute eine bestimmte Ausbildung vorstellen, Tanz- und Bewegungstherapie und Coach, die ein sehr interessantes Format darstellt und das möchte ich Ihnen näher bringen. Der Tanz- und Bewegungscoach gewinnt immer mehr an Popularität. Es ist eine Ausbildung, die zum Beispiel auch in Kliniken oder anderen öffentlichen Einrichtungen sehr begehrt ist. Fachleute-Mangel gibt es hier sehr deutlich und in Kooperation mit den professionellen Tanzschulen und den Kliniken lassen sich hier sehr interessante Formate herstellen. In dieser Ausbildung gehen wir von einem persönlichen Tanz- und Bewegungsprofil der Teilnehmer aus, analysieren dies in einem sogenannten Body Scanning und erweitern dies dann in die Theorie, in die allgemeine Theorie der Tanz- und Bewegungstherapie hinein aus. Dann gibt es viele Praxisbeispiele und natürlich die Demonstration der Tanzstile, die auch im Detail eingeübt werden. Unsere Zielgruppe sind alle Menschen, die Freude an Bewegung und Tanz haben und ein großes Interesse daran, diese Freude an andere professionell weiterzugeben und die dazugehörigen Techniken zu vermitteln. Mein Bildungshintergrund setzt sich zusammen aus meiner ursprünglichen Lehrerausbildung, wo ich meinen pädagogischen Schliff erhalten habe. Später habe ich dann klinische Psychologie studiert und sehr viele psychotherapeutische Ausbildungen gemacht und letztlich an der Sporthochschule auch den Master in Tanztherapie. Und meine besondere Expertise ist halt dieses Element des sehr individuellen Herausarbeitens von Tanzprofilen und Bewegungsprofilen der Teilnehmer. Ich freue mich sehr, Sie bald einmal in einem unserer Schnupperkurse in den Paracelsus-Schulen oder in einer Hauptausbildung Tanztherapie und Bewegungstherapeut begrüßen zu dürfen. Ich verabschiede mich, Ihre Petra Wort.